Die Früchte sind teuer geworden, ne? Die Früchte sind teuer geworden, ne? Die Früchte sind teuer geworden, ne? Wenn ich ein bisschen Obst einkaufen, 20 Euro, ist gar nichts. Früher, 20 Euro, überlegen wir mal, da hast du ein paar Zwetschgen, dann fahren wir nach Berlin. Die Früchte sind teuer geworden, ne? Ich pedne diese Früchte, damit jemand woanders es sch Truly dafür vergrößt. Und jetzt dann, geh ich auf die Aufwand. In der CDU jetzt wird es schade. In der academicität dieser Früchte ist schnell geworden, Um, dass die Früchte nicht immer wieder umliche Früchte sind. Und jetzt mal, überlegen wir uns. Lass die Früchte nicht überlegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.